Shuddha Padmasana ist der reine Lotus-Sitz. Shuddha heißt rein, Padma ist Lotus. In der Sitzposition kreuze die Beine, gib einen Fuß auf einen Oberschenkel und den anderen Fuß auf den anderen Oberschenkel. Das ist Padmasana. Dabei kannst du entweder die Hände falten oder die Hände auf die Knie geben. Shuddha Padmasana deshalb, weil es ja viele Variationen von Padmasana gibt. Es gibt zum Beispiel Badda Padmasana, der gebundene Lotus-Sitz, Raffaella zeigt ihn gerade. Oder es gibt Viparita Namaskar Padmasana, wo du im Lotus sitzt, die Hände faltest hinter dem Rücken. Oder es gibt Urdhva Namaskar Padmasana, wo du die Hände über dem Kopf nach oben in Namaskar-Position gibst. Es gibt Paraschva Padmasana, wo du dich zur Seite hindrehst und vieles andere. Und Shuddha Padmasana ist einfach der reine Lotus-Sitz, die Lotus-Grundstellung. Und Shuddha Padmasana ist einfach der Rücken. Und了 rattetar. Untertitelung im Auftrag des Gursums